hallo freunde und willkommen zurück zur let's play journey ja wir beide sind gerade drauf dran den hügel hoch zu kommen ich hoffe dass die letzte folge gefallen wir müssen jetzt noch hoch freunden wir müssen da hoch soll ich verletze dass das freut die letzte folge so schnell abrupt endete aber ich brauchte noch eine folge mehr freunde dieses weise 17 minuten waren lang genug ist das hier ein sturm alter schwede schauen wie wir eingefroren jetzt werden hier wir sind fast noch eiszapfen aber das wird immer kalt und immer kalt aber merkt schon wie schlapp die beiden werden also ich und der andere kommen junge nicht schlapp machen wir schaffen das wir sind fast da na komm nein zu kalt ich glaube aber nicht dass das das ende ist schaut euch das an Ja, wir werden gerettet. Wow. Was zum... Kann ich drücken? Wow. Was zur Hölle? Wow. Wow. Alter. Alter. Ich schläge, weil ich so oft Alter sage. Alter. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin so schnell für euch. Wow. Da jetzt er. Wie geil ist das denn? Er hat es auch überlebt. Sehr klar, sonst wäre das Spiel ja schon für ihn vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Aye. Tschüss. Tschüss. Wuu2. Ist das schön. Er kommt, werde ich sehen. Ach, ist das herrlich. Sind wir durch den Wasserfall? Yo. Wie geil ist das denn? Jawohl. Ich muss wahrscheinlich da nach oben. Oh, ist das schön. Juhu. Oh, ist das geil. Und wir waren nicht allein in diesem Spiel. Wie fett ist das denn? Oh. Oh, ist das schön. Oh, ich sehe jetzt schon fast nichts mehr. Ich bin so hell. Ich bin hell wie eine Kerze. Keine Ahnung. Warte mal. Ich warte mal noch auf meinen Kumpel hier. Vielleicht kommt er ja noch. Ich warte mal. Ich glaube, wir sind am Ende des Spiels angelangt, Freunde. Ich warte aber noch ein bisschen. Vielleicht kommt er ja noch. Einfach ein wunderschönes Spiel. Oh, unser Schal hier wird wieder aufgefüllt. Wenn ich da hingehe, dann wird der Schal wieder länger. Okay. Wo bleibt er? Da ist er. Jawohl. Zuquatschen bis zum Ende. Wie geil ist das denn? Ich feier dich, Typ. Geil. Ey, Freund. Das ist so schön, dass du mich bis zum Ende begleitest. Sein Internet scheint aber zu lecken. Ach, ist das schön. Er begleitet mich bis zum Schluss. Ach, ist das schön. Ich habe mich bis zum Ende. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Und das sind wir Freunde. Danke schön fürs Spielen von Journey. Wir haben es geschafft Freunde. Wir haben es durch. Ein wirklich wirklich sehr schönes Spiel Dead Game Company. Wirklich ziemlich geil. Lieber Chris Bell, Genova Gen und Nicholas Clark und John Edwards. Ihr habt eine grandiose Arbeit abgegeben. Wirklich genial. Da ist nochmal der Tumumumir hoch geflogen. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Wie gesagt die Musik ist episch. Die Landschaften sind episch. Die Rätsel sind genial. Und auch nicht so schwer. Wie gesagt, leider haben wir nicht alle Symbole gefunden. Ich verspreche, ich werde das Spiel nochmal streamen. Und werde da versuchen alle Symbole zu finden. Das verspreche ich euch hiermit. Und kauft es euch unbedingt. Es ist nicht teuer. Ihr könnt es vielleicht noch... Und das verspreche ich euch. Oder wir könnten uns alles распra такого holen.